Am 10.10. herrscht draußen trübes Wetter und wir haben hier drinnen wieder kuschelig eingeheizt. Die Evona tut noch so ein bisschen vor sich hin frühstücken, gell, Barry? Und die anderen drei, die haben sich wie so kleine Pfannküchlein hier gemütlich gemacht. Man hat ja gerade schon wieder Bällen geübt und Watscheln. Da muss man sich jetzt einfach ausruhen, gell? Na, schaut her. Links die kleine Eleonore in der Mitte der Etienne. Und hier rückt sich zurecht die Elène. So, dann machen wir es uns weiter gemütlich. So, dann machen wir es uns wieder. Untertitelung des ZDF, 2020